Ihr Lieben, normalerweise kommt an dieser Stelle immer Donnerstags mein Klarheitscall. Heute ist es anders, den hat heute mein Team gehalten, die in Deutschland sind. Ich bin ja, wie viele von euch wissen, in Costa Rica, bei der Costa Rica Masterclass von Damian Richter. Wir sind hier schon ein paar Tage da, so langsam haben sich alle akklimatisiert und es ist einfach nur fantastisch. Also was ich hier an Wissen lerne, das hätte ich mir niemals träumen lassen, dass das so weit möglich ist. Wir haben ganz, ganz viele Sessions mit Damian, um zu erfahren, wie wir unsere Businessstrukturen so aufbauen, dass sie wirklich auf einem festen und stabilen Fundament stehen, sodass wir ganz, ganz große Dinge drehen und bewegen können. Denn wir alle, alle Costa Rica Masterclass Teilnehmer, haben eine riesengroße Vision. Meine ist es tatsächlich, erstmal das Stadion in Berlin zu füllen mit 100.000 Menschen. Dafür brauchen wir 5.000 Coaches mit Herz. Mit meinem Team will ich in den nächsten 5 Jahren 10.000 Menschen bewegen, dazu wieder in ihr Herz zu kommen und zu erkennen, dass sie wertvoll sind, dass sie ein Diamant sind, dass jeder einzigartig ist und jeder ist, verdient die beste Version aus sich selbst heraus zu entwickeln. Dabei unterstützen wir Menschen von ganzem Herzen. Und wenn du noch einen Coach an deiner Seite brauchst, dann zögere nicht, mich anzuschreiben über meine Internetseite www.steffi-christian.com Und das nächste ist natürlich, dass ich Schulen bauen will in Afrika. Ich bin da in sehr engen Kontakten mit SASE und wir haben einfach auch zusammen Pläne geschmiedet. Für mich persönlich ist das ein ganz, ganz, etwas ganz Besonderes, denn ich wollte mir vor 18 Jahren mal das Leben nehmen. Heute bin ich extrem glücklich. Heute sage ich, ich bin angekommen. Ich hatte damals überhaupt keinen Sinn im Leben. Ich habe nur funktioniert und vielleicht erkennst du dich ja wieder. Wenn du nur funktionierst, fehlt dir natürlich die Lebensfreude, der Spaß und irgendwann auch die Energie. Das ist heute total anders. Heute lebe ich echt nach meinem Herzen, mache das, was ich will. Liebe meine Leidenschaft, meine Proxen habe ich längst hinter mir gelassen, alles verkauft, mein Haus verkauft. Ich habe heute eine Wohnung in Gifhorn, in der ich total glücklich bin. Da habe ich mir mein eigenes Reich geschaffen. Und ich mache wirklich das, was ich tue, aus ganzem Herzen. Ich kann von jedem Ort aus der Welt coachen und ich darf die Ausbildung von Damian leiten, die VAK-Ausbildung, die ich von ganzem Herzen liebe. Sowohl in Deutschland als auch in Griechenland. Dort gibt es allerdings immer limitierte Plätze. Da schaue ich, dass das demnächst vielleicht auch im größeren Stil möglich ist. Das soll es erstmal an dieser Stelle gewesen sein. Wenn du Fragen hast zur Costa Rica Masterclass, dann lade ich dich ein, unter diesem Video diese Fragen zu platzieren. Und ich beantworte die einfach im Live bei Instagram oder auch in dem nächsten Video hier. Du kannst schon mal ganz gespannt sein. Ich nehme dich weiterhin mit auf die Reise. Steffi Christian, Live Coach ist mein Insta-Name. Und dort kannst du mir gerne folgen. Ich freue mich riesig. Also mach's gut.